Ich bin so weg. ich habe mal eine andere stelle ja sein hier nur noch zwei stück der zerbrochene cd ein traum wird geht in der füllung es war die cd in seiner deiner sammlung noch viel ja das war ein tierchen heute war ich echt sau auf mein navi habe es dann angeschrien es soll zur hölle fahren ja 25 minuten später stand ich vor dem haus meiner schwiegermutter unterschätze niemals dein navi 8 morgen ist heute ist wieder oder morgen ist das luau wieder okay das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe keine gießkerne ein elefant tritt auf eine maus oh entschuldigung kein problem sagt die maus hätte mir auch verziehen können die frage ist ob der elefant das bemerkt hätte Geh auf zu krexeln. Krex! Krex! Krex ist dich gleich ordentlich. Auf mich an zu krexeln. Er krex dich aber anscheinend gerne an. Ich merk dazu. Kein Platz mehr. Holla, die Weltweh. Es gab Kohle. Wieso war ich hier? Es ist so ein Vieh auch noch. Morgen wird hier schön bei dir. Auch den ganzen Tag klar und sonnig. Hey Papagei, wo gehst du hin? Ich bin gerade davon ausgegangen, dass sie vielleicht hier, wenn sie rumflattern, in Richtung anzeigen, wo noch was ist. Aber aufs offene Meer hinaus ist er verschwunden. Schöne Piepen hat's. Irgendwo war noch irgendwo was? Ich muss auch noch versuchen, irgendwo hinzukommen. Wo war das? Gehen wir auf dem Weg. Nehmen würde Lappen. Selbst seine Großmutter wäre schneller gewesen. Ja, gut möglich. Ach nein, nicht das Ding. Stimmt ja. What? Scheiße. Nochmal. Nein. 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 Oh, weil er den hier gerade nicht akzeptiert hat. Oh, wer war es der Richtige? Noch nicht. Oh. 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 Nö. Das ist das letzte Ding. Mann, das kotzt mich an. Die letzten sind immer die schwersten. Jetzt bin ich gerade zu dem Verkehr gelatscht. Das ist immer die letzte. Ich mache das jetzt, ich mache das jetzt mit Trick 17. Ich habe die Schnauze voll. Handy, du wirst mir jetzt mal helfen. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich fühle mich damit nicht mehr. Wieso sollte ich mir sowas noch merken, wenn ich ein Handy habe? Die erste geht ja noch. Ja toll. Jetzt habe ich aufs Handy geguckt und habe hier schon aktiviert. Schatz. Ja. Komm nochmal. Bitte. Das ist beschissen, das mit Handy Kamera zu machen und darüber zu spielen. ein Frosch. Mann. Ich will das Video sehen. Melone, Weizen und Knoblauch will dieser komische Frosch haben. Ach, Mann. Wann man da drauf denn kommen? Oh, nein. Willst du mich jetzt verarschen, danach gibt es noch einen. Ach, leck mich doch im Arsch, ich fasse es nicht, ich hasse das, ich konnte das noch so gut bis zu bestimmten Punkten, dieser Punkt ist jetzt erreicht, einer Menge her, wo ich das nicht machen kann, nachvollziehbar, mann. Jetzt wollte ich zu dir rüber schuppern, geht nicht. Das will mich verarschen, wieso geht das nicht? Weil bei Willi zu ist, komm nicht rein. Oh, shit. Da muss ich morgen hin, wenn es geht. Oh nein, du bist nicht rein, ich muss dich ein. Da waren wir schon, da ist oben einer. Wies. 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 Haaaaaahhh Man kann Toilettenpapier doppelseitig nutzen. Der Erfolg ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Der ist, äh, jaaa. Okay. Alter, vorbe. Ich weiß nicht. Kann ich schon mal... Nervt mich nicht, Rogo. Stimmt dann so wieder diese letzte Etappe, ey, dafür. Also braucht keiner. Hier habe ich schon. Da müssten draußen eigentlich alle gewesen sein. Ja, dann haben wir halt im Dungeon dann noch welche, wo wir die sichern netzeln müssen. Ah, davon hundert Stück. Naja, okay, nicht nur ganz hundert Stück, aber... Ja, dann brauchen wir noch eine Banane, da kriegen wir noch mal drei oder fünf oder so. Ähm, durch Ernten von Pflanzen auf der Insel kannst du auch noch mal bis zu fünf Stück kriegen. Bis zu fünf Walnüssen, wenn man die Miesmuscheladern da kaputt macht. Und das... Über dem Schiffswrack. Da sind immer mal so Steine und da sind Miesmuscheln drin, die kannst du dann noch kaputt machen. Aber sonst... Und dann kriegst du halt noch welche, wenn du das Rissort gebaut hast, da wo jetzt das Vieh wieder steht. Und sonst... Untertitelung des ZDF, 2020